Das Lizenzmanagement von Dokumenten wird durch vielfältige Lizenzmodelle schnell unübersichtlich. StudIP hilft Ihnen dabei, die Lizenzen Ihrer Dokumente im Blick zu behalten. Wenn Sie eine neue Datei in Ihrer Lehrveranstaltung uploaden, erscheint der Lizenzwähler. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Lizenz Ihres Dokuments anzugeben. Außerdem finden Sie auch Informationen zu den Lizenzen in dieser Auswahl. Sollten Sie unsicher sein, welche Lizenz die richtige ist, dann wählen Sie zunächst ungeklärte Lizenz aus. Sie können den Lizenzstatus auch nachträglich noch ändern. Das gilt übrigens auch für Dateien, die schon vor dem Lizenzwähler auf StudIP waren. Wie Sie die Lizenz nachträglich ändern, das zeigen wir Ihnen jetzt. Um einen Überblick über Ihre Dateien auf StudIP zu bekommen, gehen Sie auf die Dateiübersicht. Hier haben Sie die Möglichkeit, einzelne oder auch gleich mehrere Dokumente mit einer Lizenz zu versehen. Wenn Sie rechts auf den runden Kreis klicken, erscheint eine Auswahl, in der die entsprechende Lizenz für die Datei ausgewählt werden kann. Klicken Sie auf die entsprechende Lizenz, wird das Fragezeichen zum entsprechenden Lizenz-Icon. Wenn Sie mehrere Dateien mit der gleichen Lizenz markieren wollen, dann wählen Sie diese über die Checkboxen auf der linken Seite aus. Klicken Sie dann auf Lizenzen der ausgewählten Dokumente setzen. Anschließend erscheint ein Dialog, in dem Sie aus den bekannten Lizenzen auswählen können. Klicken Sie unten auf Speichern und der Lizenz-Typ wird auf alle Dokumente übertragen.